Nein, nein, passt überhaupt nicht. Hey, Duda, die Ente da oben. Du bringst ja den ganzen Laden durcheinander. Das ganze Zeug ist nummeriert und geordnet. Ach nee, und warum finde ich da nicht hier das, was ich suche? Weil du zu blöd bist, du Gurke. Ich glaube, da liegen sie gar nicht mal so richtig. Aha, wie ich sehe, habt ihr euch eine meiner besten Maschinen ausgesucht. Gib Möhre, Alter. Das Maschinchen kostet aber eine Kleinigkeit. Gut zu wissen, danke. Igor, es gibt Arbeit für dich. Los, rössst du die Töhle! Wo sind wir? Kein Pfeil. Eigentlich müssten wir jetzt in einem Haufen Blech stecken. Irgendwie voll abgefahren, die Gegend. Was hast du da auf der Rübe? Hey, Optik, ich sehe nix. Boah, voll die fett abgeknötete, fliegende Bulette. Durchgezwiebelt? Die hat krass viele Glubscher. Lass mal lieber stecken, Alter. In unserem linksdrehenden Töpferkurs bin ich Hypnose-Meister. Schön vorsehen. Ich habe zwei davon. Ich schiehl dich volle Linse weg, du Wurm. Ich rieche gar nichts. Guten Tag, ich bin Ihr Fahrer. Mein Name ist Getriebefix. Bitte festhalten, es geht los. La, 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 la. Hey, Kuella Pinökel. Lieber nicht draufdrücken. Drücken Sie nicht mehr irgendwelche Knöpfe. Wir haften nicht für Schäden. Reiseziel erreicht. Willkommen, meine Freunde. Hallo. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Wie findest du das? Das ist ein Fan von uns. Ach, der will sich doch nur bei uns einkratzen. Lasst mich euch begrüßen. Hey, Glubscherlösen, sonst gibt's das Auge. Mach das nie wieder, sonst gibt's ne volle Breitseite. Hä, hast du das geschnallt, du Guckenhirn? Ernährt ihr euch nicht ein bisschen zu eisenhaltig? Nein, wir sind Roboter. Dumme Sache das. Dann werdet ihr im Sommer ja nie braun. Es hat aber auch seine Vorteile. Wir können unsere Gehirnbehälter wechseln. Das ist ja völlig hirnrissig. Ich würde meine Rübe nie hergeben, die ist nämlich einmalig. Ich freue mich, menschliche Wesen zu sehen. Wir leben schon lange nicht mehr auf der Erde. Die Menschheit war ziemlich verrückt. Sie hat nie aufgehört, mit ihrem atomaren Spielzeug zu spielen. Und so hat sie sich selbst ausgelöscht. Ping, weg. Aber inzwischen ist alles, was gefährlich ist, strengstens verboten. Mutprobe. Vorsicht, das ist äußerst gefährlich. Ach, gelust. Kratzt mich nicht die Bohne. Boah, krasse Kiste, extreme Extremitäten. Da kann man kaum noch popeln. Oh, du bist verletzt. Nö. Oh, doch. Du hast eine schwere Verletzung. Du musst dich ausruhen. Kannste knicken. Ich will jetzt eine Runde Skateboard fahren. Sagt gute Nacht. Ist ja völlig verdrehten. Geschreiftes Eis. Skaten. Ganz weit runter. Und los. Wo ist mein Wort? Oh, das Eis muss mir voll die Synapsen weggekokelt haben. Hey, check das mal. Oh. Hier sehen Sie unsere neueste Errungenschaft. Einzigartige Enten. Vollkommen biologisch. Oh. Jetzt aber ratzt die Fatz weg hier. Ich sehe gar keine Tür. Wird wohl nix. Zeit zu essen. Lasst es euch gut schmecken. Was ist denn das für ein Geschlabber? Das ist das vorgeschriebene Futter für Enten. Ist ja durchgezwiebelten Ohrwurm auf Brautschau. Guck dir mal an, wie der Männchen macht. Mit Essen spielt man nicht. Bleib geschmeidig und mach nicht so einen Breiten. Roboter haben so viel Humor wie ein mundgeklöppelter Pulli. Hallo, Max. Womit willst du sie als nächstes füttern? Wir wollen ein paar Chief Burger schlabulieren. Wo ist die nächste Burgerhütte? Raus damit. Die, äh, was? Schon gut, Robby. Wir finden den Laden schon allein. Stehen bleiben. Geht dort nicht hinein. Das ist viel zu gefährlich. Das könnte euer Verderben sein. Viel abtötender als hier kann es auch nicht werden. Oh, ihr habt Glück gehabt. Das war ziemlich knapp. Ihr werdet beinahe runtergefallen. Aber ein Versuch war es wert. Jetzt geben wir richtig Gas. Huiya! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Aua. Fettes machen, ne Beule? Cool. Endlich. Leute, den Alarm. Sie sind dabei, sich zu verletzen. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Und verantwortliche biologische Geschöpfe. Sie werden alles zerstören. Also das hat gezackt. Wir haben zwar keine Burger gefunden, aber die Suche war ein Hammer. Ihr seid genauso schlimm wie die Menschen. Euch gebührt das gleiche Schicksal. Cool. Bon Voyage. Boom. Lecker. Hoppi, hoppi. Hol den Knochen, kleiner Baubi. Hast du vielleicht noch einen auf Lager? Nö. Au. 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 Au.